Den Tag zur Nacht machen. Im Bergwerk Teufelsgrund in Münstertal. Pünktlich zu Halloween verwandelt sich der alte Stollen ins Reich der Toten. Zutritt haben nur die Mutigsten. Rund 300 Meter Abstieg erwartet die Horrorfans. Taschenlampen? Verboten. Wer die einstündige Horrorreise durch den Stollen übersteht, wird am Ende mit einer Schatzsuche belohnt. So lässt sich der Schreck schnell verdauen. Für die aufregende Tour durch den Berg sollten Kinder mindestens sieben Jahre alt sein. Es kamen halt manche gruseligen Stellen, da habe ich wirklich gedacht, das schaffe ich nicht mehr. Aber dann habe ich so gedacht, ja okay. Ja, das Dunkle, da hat kein Licht im Stollen. Das war ganz, ganz toll. Und die Schatzsuche, vor allen Dingen die Schatzsuche für die Kinder. Das war einmalig. Sehr zufrieden, ja. Ganz schön spuckig da. Wer den Gruselstollen in Münstertal besuchen möchte, sollte sich vorher unbedingt anmelden. Führungen im Bergwerk gibt es am 30. und 31. Oktober von 13 bis 22 Uhr. Ab dem Platz 2 Bis zum nächsten Mal. Sous-titlecit Vielen Dank.